Hallo und herzlich willkommen zu Food Proverse, deinem Clean Eating Food Blog für gesunde Ernährung mit und ohne Thermomix. Den brauchen wir heute gar nicht, denn wir stellen heute ganz einfach Pommes her aus Kartoffeln, würzen die und ölen die natürlich gut ein. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr hier mit unserer Gemüsefix-Mandoline von PepperChef, denn die zerkleinert eure Kartoffeln perfekt zu Pommes und das in Sekunden. Ich würde sagen, es geht los! 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 Wenn ihr die Gemüsefix-Mandoline von PepperChef habt, dann schreibt das mal direkt hier unten in die Kommentare rein.